Ja hallo liebe Italien-Freunde, liebe Freunde von Jesolo, liebe Freunde von Cavallino. Der heutige Stau auf der Tauern-Autobahn, der hat gezeigt, was morgen am Pfingstsamstag sozusagen, am Hauptreisetag bevorsteht. Heute schon Freitag, waren drei Stunden Wartezeit zu verzeichnen, der Stau 20 Kilometer vor der Tunnelkette und reichte bis nach Puchurstein zurück. Morgen werden bis zu fünf Stunden erwartet, das heißt der Stau geht dann sogar bis über die Grenze auf die deutsche A8 zurück. Das heißt, die totale Staukatastrophe droht morgen und da stellen sich natürlich viele die Frage, wie kann ich diesen Stau am besten umfahren. Eines ganz klar vorweg, es hat überhaupt keinen Sinn, lokal auszuweichen. Denn so schlau unter Anführungsstrichen sind viele, fahren dann auf die Bundesstraße und stehen dort noch länger im Stau, als sie auf der Autobahn stehen würden, verstopfen zudem die Zufahrtsstraßen in die Ortsgebiete, behindern die Anreise rein, diese können dann nicht einmal mehr einkaufen fahren und das den ganzen Samstag lang. Das hat überhaupt keinen Sinn, bringt null Zeitersparnis, das kann man sich sparen. Aber wenn man jetzt irgendwo fünf oder drei Stunden im Stau steht, kann man sich schon eine großzügigere Umfahrung überlegen und schauen, ob das vielleicht eine Alternative ist. Wer ohne Wohnwagengespann unterwegs ist oder gute Motorisierung hat, nicht ein allzu langes Wohnwagengespann hat, der kann beispielsweise, wenn man aus dem Großraum München anreist, Richtung Kitzbühel fahren, von Kitzbühel Richtung, durch den Felbertauern, Felbertauern-Tundel durch. Diese Strecke ist auch mautfrei, allerdings nicht der Felbertauern selbst, der wird auch bemautet. Ich bin letzte Woche durchgefahren, ich glaube es waren 13,50 Euro und beim ADAC bekommt man sogar eine Vorverkaufskarte für die Hin- und Rückfahrt, da spart man auch noch ein paar Euro. Dann geht es weiter nach Lienz, von dort geht es weiter, leider nicht momentan über den Blöckenpass, da dieser gesperrt ist. Geht es weiter Richtung Siljan, dann über die italienische Grenze, nach Sexten über Quartina, da wo dann die Olympischen Spiele stattfinden. Und von dort geht dann eine wunderschöne Autobahn über Belluno an die Adria. Das ist eine wunderschöne, landschaftlich wunderschöne Strecke, allerdings schon auch sehr kurvenreich, das heißt für einen flauen Wagen oder eben ein allzu langes Wohnwagengespann würde ich diese Strecke nicht empfehlen. Ich bin sie letzte Woche gefahren, da ich immer wieder verschiedene Routen ausprobiere, hat mir ungefähr eine Stunde länger Fahrzeit gekostet, allerdings war auch letzte Woche schon zwei Stunden Stau bei der Tunnelkette auf der Tauern-Autobahn und somit habe ich mir immer noch eine Stunde Fahrzeit gespart. Und ich bin nie gestanden, sondern immer gefahren. Das ist mir persönlich einfach lieber, das ist mir mehr wert, schont meine Nerven, als hier irgendwo zwei oder noch mehr Stunden auf der Autobahn zu stehen. Eine weitere Möglichkeit ist großräumig über die Brenner-Autobahn zu fahren. Das heißt, Brenner-Autobahn, auch die wird natürlich belastet sein, allerdings auf jeden Fall nicht mit fünf Stunden Stau, sollte nicht irgendwo ein Unfall passieren. Also alternative Brenner-Autobahn gibt es in Google ein, was die an mehr Zeit dir kosten würde und rechne noch ein bisschen Stauzeit dazu und dann wirst du immer noch früher am Urlaubsort ankommen als jene, die tatsächlich sich den Stau auf der Tauern-Autobahn antun wollen. Welche, die von weiter nördlich kommen, also Richtung, was weiß ich, eher Nürnberg oder so die Gegend, die vielleicht die blaue Route hinunterfahren, da würde es sich auszahlen, großräumiger über die Pyren-Autobahn auszuweichen, über Graz dann auf die A2 und dann eben Richtung Italien zu fahren. Das wäre eben eine weitere Möglichkeit, großräumig auszuweichen. Es hat überhaupt keinen Sinn, lokal auszuweichen, denn so schlau sind mehrere und das führt nur zu noch mehr Staus und du brauchst unter Umständen noch länger in den Urlaubsort. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, lass den morgigen Samstag aus, fahr nicht am Samstag, sondern fahr möglicherweise am Sonntag, entweder sehr früh oder sehr spät, denn auch heute wird es nicht viel Änderungen bringen. Die Prognosen gehen davon aus, dass die ganze Nacht über der Stau auf der Tauern-Autobahn bestehen bleibt. Warum ist das so? Es gibt eine Blockabfertigung, es gibt eine Tunnelsanierung. Ihr findet hier auf diesem Kanal ein Baustellenvideo, da wurde ich von der ASFENAG eingeladen in diese Tunnelbaustelle. Da erkläre ich euch ganz genau, was da gemacht wird, wie es funktioniert, was bei diesen Bauarbeiten gemacht wird und warum gibt es eine Blockabfertigung? Ihr wisst, vor knapp 25 Jahren hat es die verheerende Brandkatastrophe im Tauern-Tunnel gegeben. Damals war er noch mit Gegenverkehr. Daraufhin wurden die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöht und eine davon ist eben die Blockabfertigung, damit es im Tunnel zu keinen Rückstauungen kommt, denn das war ja damals die Ursache für das verheerende Unglück mit mehreren Toten. Damit sich das nicht wiederholt, wie gesagt, es dient unserer aller Sicherheit. Es kostet wahnsinnig viel Nerven, aber es zwingt einen allerdings auch niemand, diese Strecke zu fahren. Es gibt genug Alternativen und diese wären eben die, die ich jetzt angesprochen habe. Alles, was ein bisschen lokaler geht, kann man versuchen, zum Beispiel eben bei Piding abfahren, also bei Bad Reichenhall abfahren, dann Richtung Lofer und von dort eben auch entweder Richtung Felbertauern oder über den Derntner Sattel Richtung Bischofshofen auf die Autobahn. Dann kommt man auch nach der Tunnelkette raus, allerdings ebenfalls sehr kurvenreich und die Frage ist, ob man überhaupt bis Piding Reichenhall auf der A8 von München kommend, ob man überhaupt zu weit kommt oder ob man nicht schon vorher im Stau steht und nicht gleich über das Inntal-Dreieck und Kitzbühel Richtung Felbertauern fahrt oder gleich die Brennerstrecke nimmt. Seht euch die verschiedenen Routen an, auf keinen Fall irgendwie lokal abfahren, das bringt euch nichts, das nervt die Anrainer und schauen wir, dass wir alle möglichst gut an unser Ziel kommen. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Anreise, möglichst staufrei, eine sichere Anreise und anschließend einen wunderschönen Urlaub. Leider bei der Rückfahrt dasselbe in grün, nur in die andere Richtung. Allerdings teilt es sich da vielleicht ein bisschen besser auf, da einige schon am Pfingstmontag zurückfahren und andere erst nach 14 Tagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, bis bald, ach wieder, tschö und ciao!